Hallo liebe Energiefans, heute ist der Kapitän dran, heute ist der 16. Dezember, ich schaue mal was ein Türchen ist, machen wir auf. Ja, heute Abend sehen wir uns alle, es ist eine große Autogrammstunde beim Intersport in der Spreegalerie mit der ganzen Mannschaft. Wir freuen uns auf euch, kommt alle schön dahin. Und der 16. Buchstabe unter das Weihnachtsrätsel ist ein kleines J. Viel Spaß, schöne Weihnachten.